Auf ein neues, auf ein neues, ey, ja! Hallo? Auf ein wunderbares Jahr 2023! 3, 2, 1... Prost! Jaaaaa! Mh, 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 mh... Ich hab allein geweint, da ist was passiert. Die Einsatzkraft werden noch mehr angegriffen werden. Hä, wirklich, Rommel, a real talk! Wir haben ihn gewonnen! Hä, ist das echt? Ne, ne, das sieht jetzt gut aus, ne? Warte mal, warte mal! Ist das echt, Rommel? Rommel ist Feuerwehrmann, ist ja so geil, holy shit! Wir brechen jetzt ab, wir gehen zum Auto, das ist mir alles zu gefährlich. Absolut krass! Hä, ich sag mal, Rommel, so viel sympathischer! Bommel, nicht Rommel! Rommel waren alle Afrika-Guy, Jungs! Ich distanzier mich, ich meine Bommel! Die war, die war, also das, das ist jetzt immer witzig gemacht, das war wirklich krank! Da wurden systematisch Feuerwehr- und Polizeiwegen, Einsatzwegen in Hinterhalde gelockt, um aus, damit die ausgeraubt werden! Von der teuren Technik, die in Feuerwehrwegen verbaut ist! Die wurden systematisch angegriffen mit Pyrotechnik, das ist eigentlich, eigentlich ist das eigentlich witzig! Da will der Feser jetzt auch nochmal das verstärken, aber wir wollen nicht über Witze machen! Was für ein Dabber-Intro! Bleib drin! Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video! Nova! Mensch! Da mach ich aber mal den Joris! Joris! Guck mal her! Alles gut? Was geht da unten ab? Das hab ich gar nicht mitbekommen! Romatra! Das geht! Du bist leider nicht bei mir im Team, ne? Ey, dein Spatz ist ube nice aus, ne? Romatra! Er hat dir doch grad ne Frage gestellt! Romatra, er möchte wissen, welchem Team du bist! Er sagt dir dein Spatz ist ube nice aus! Boah, Digga, Romatra! Oh Mann, Romatra! Oh Mann, Romatra! Du bist an mir vorbeigegangen! Hier gab's noch nie mal Behufe, wo ich an mir vorbeigegangen bin! Wie sieht's gut aus! Romatra, so ein NPC! Ey, ich liebe die Konversation von Romatra und mir in Minecraft! Wir sind beide solche NPCs! Wir wissen nicht, wie man Smalltalk führt, weil ich führe auch keinen Smalltalk, er wahrscheinlich auch nicht! Und dann ist es einfach so, und wie ist das Wetter bei dir so? Oh, ist das unangenehm! Ja, du bist doch bei mir vorbeigegangen! Ich dachte, du bist schlecht aus! Du siehst gut aus! Who is this? Hö, das ist ein Reader, aber das wurde sich echt nicht schlecht aus! Was ist Smash? Das ist cute! Ey, was soll ich machen, Leute? Ich hab's mir nicht ausgesucht! German Fortnite, Bro! German Fortnite? I don't know... He's not... He's... Um... Um... Can you feel the groove? Um... Oh... This hair is narrow! He looks much better without that hair part! Yeah... Much better! Wunder, du teigst hier! This is Hannah Montana Black? God damn! Hannah Montana Black! Damn! Sexy! This is much improved! This is... Digga, ganz ehrlich, ganz ehrlich! Das Englisch, was du sprichst, klingt sehr, sehr nice! Drei! Zwei! Los! Ehy, ga, Digger! Welch, Digga, Wenn, Digger! Diggi, das ist 2015 oder so, Alter! Einfach, ganz Deutschland ist bei Amurant oder so! Ehy, ey, ey, ey! Ehy, ey, ey! It could be Wario! It could be Wario, Bruder! Wtf! Wo sehe ich aus wie Wario? Was soll das? Bei allen anderen kann man ein Wort sagen, aber natürlich bei mir muss man wieder fronten w好了! Warum? Warum immer ich? Was hab ich getan? Smash! Actually... Ich bin ein Lauf, doch Spendi ist ne Fisalis, Niko ist ein Brokkoli, Uyeta ist Cannabis. Pass, 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 oh, 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 stop, just stop it, Wapples. Aua, Deja. Is this the Burger King hat? No. Burger King präsentiert. Whisky-BBQ-Sauce, saftiges deutsches Rindfleisch, saatschmelzender Pepperjack-Käse und frischer Rucola. Jetzt bei Burger King. Was ist das? Der Fortnite-Cast? Hallo und damit herzlichst Willkommen in einer neuen Folge von Fortnite-Podcast. Sorry auf jeden Fall, dass in der letzten Folge das Mikro nicht geht. Bro, er macht einen Podcast mit in der letzten Folge gegen das Mikro nicht? Wieso, Alter? Also ich bin jetzt kein Experte beim Thema Podcast vom Ding, aber ist jetzt nicht so gut, oder? Herzlich Willkommen! Digga, was ist der Fortnite-Podcast, oder? Zum Edeltalk. Freunde, wie geht's euch? Ey, mir geht's richtig geil. Mir geht's nicht so geil. Morgen bitte geh mal Minecraft rein und wirst es sehr enjoyen und für uns wäre es ein Fest. Okay. Wirklich Minecraft, ich freu mich auf Minecraft. Und jetzt bin ich gespannt. Ich hab mir noch nichts angeguckt, wie man heute Minecraft. Chatnayser-Stream. Minecraft. So, und jetzt? Kann man Bock machen. Bock machen. Ah, auf realistisch angelehnt, oder was? Aber ich verstehe nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen, Digga? Ist der Sinn des Spiels hier rumzulaufen und irgendwas kaputt zu machen, oder was? Das bin ich für euch. So nehmt ihr mich wahr. Wo ist da der Wiedererkennungswert? So seht ihr mich. Hä? Sexy Rich Girl. Was ist das? Also, es gibt auch Koordinaten, ne? Damit kannst du das auch merken. Also, wenn du F3 drückst, dann siehst du oben links Koordinaten. Ist ein bisschen viel, ich weiß. Moin, Leute. Kommt hier am Start und so. Wir spielen heute eine Runde Minecraft. Ich muss Tiere umbringen, damit ich essen. Okay, wir gehen auf Mission. In Minecraft ist es okay, Tiere zu töten. Wo ist dieser verf***te Fisch hin? Hey, ja. Okay, das ist schon witzig. Aber hier ist kein Fisch. Fress die Scheiße. Warum guckt er dem dem nicht so hinterher? Aber frisst das nicht, Mann. Rechtsklick, Armkart. Was für Rechtsklick? Aha! Boah, die haben geile Musik. Wieso ist das dunkel, Digga? Mehr essen? Ja, aber ein Herz. Boah, die Pizza ist nicht gestillt. Mich kotzt hierbei komplett ab. Wie kann man denn die Pizza nicht schneiden? Jetzt muss der hochlaufen in die Küche, sich Messer und Gabel holen, da irgendwie rumschneiden in der Pizza und dann schneidest du mit dem völlig falschen Messer in der Pappe rum, in der Pizza. Ey, ich fühle ihn so sehr, ich fühle ihn so sehr mit Scheeresgeil, aber trotzdem, stimmt. Und musst dir alle Pizza, und dann musst du die drehen und dann ist der Deckel im Weg und dann schneidest du auf deinen Tisch. Ich fühle es zu einem Prozent. Ich habe ein Problem. Boah, Junge! Ich werde nicht sterben auf dem Weg zu dir. Das ist aber cool hier, so ein Untergrund. Da gibt es krasse Höhlen. Das ist aber cool hier, so ein Untergrund. Das ist ein Enderman, den darfst du nicht anschauen. Halt die Leute, ich hole mir was zu trinken und gehe pissen. Cory, jetzt ist dein Moment, Digga. Mein Moment? Oh mein Gott. Ja, was soll ich sagen, ey? Also... Hat er mal fertig gepisst, oder was soll das? Digga! Wie lange pisst du denn? Das ist so frech. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum du immer mit 20 Zuschauern rumbewillst, Alter. Ja, okay. Maximal talentlos. Ja, wirklich. Oh nein, oh nein! Nein, 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 nein. Oh, Janik, du blöde Sau. Damit hast du dir aber was bei... Ich hab dir gesagt, was... Oh, Alter, hab ich richtig... Nein, ich wollte auch mal. Du hast jetzt dein Finger weg. Ich hab mir wieder zugemacht. Ja, warum? Weil ich nicht wegen sexueller Erregnisse in der Öffentlichkeit angezeigt werden möchte. Zieh nur das an. Das ist jetzt pure Eronik. Das mach ich bereit, das wird jetzt richtig geil. Ich kann's anziehen. Leute, danke schön für euer Untergrund. Und das wird ja untenrum nicht besser. Damn, boah! Was ist das für ein Anblick? Also, vielleicht besser sitzen, weil im Stehen muss es nicht ganz so schmeicheln. Mann! Wer ist bauchfrei besser? Von der Seite merkt man erstmal, wie unterschiedlich wir sind. Ich glaub, es ist den Leuten davor noch nicht aufgefallen, Kili. Oder? Ey, guck mal, was für Pupis du da drin hast. Oh Mann, bei mir sieht das nicht so aus. Ja, endlich mal richtige Brüste in den Top. Aber es stimmt halt. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Danke. Ich guck gleich her. Mein Name ist Greeny. Greeny. Gute Video, Digga. Gute Video. Greeny. Greeny.